Wann, wann hast du zuletzt nach innen geblickt? Wann hast du das letzte Mal Zeit, Zeit mit dir verbracht? Diese Zeiten, diese Auszeiten sind wichtig für dich. Die Auszeiten sind wichtig für euch, damit ihr euch nicht ganz im Außen verliert, ihr nicht immer so viel Zeit in eurer digitalen Welt verbringt und was euch vorgegaukelt wird und gezeigt wird. Aber ist es wirklich so? Hinterfrage es und nimm dir, was für dich stimmig ist. Übernimm nicht alle Überzeugungen und Trends, die euch vorgegeben sind. Spüre mit deinem Herzen nach, was deine Wahrheit ist und lebe deine Individualität, dein Sein, das nur du erkennen kannst. Wenn du dir Zeit nimmst, in dein Innerstes einzukehren. Dann erkennst du deine inneren Bilder, deine innere Wahrheit, dein wahres Sein. Und wenn du diese kennst, kannst du dich ganz im Alltag leben.